Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben? Dieser Versager, dieser Maratze! Ein paar Vanille-Faul-Bits! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn nach Magalinen reingekommen? Einfach war es nicht. Ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Was hat denn da das gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Amorphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das? Vermacht an meiner Person! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entbachtet wird und alle Ämter aufgeblieben. In dem Fall, dass ich den Krieg nicht widerstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurechten. Let es sie festz하신! Eine Macht! Die Meist ist ein bisschen nach! Lass sie einfach nicht mehr machen! Genau dran lassen!